Der Sieg ist nahe, General. Wir haben in Tatschikistan das Versteck der GBA-Zelle, die alle terroristischen Aktivitäten im Pazifikraum organisiert, entdeckt. Sie wurden autorisiert, unsere Feinde mit einem Atomschlag zu vernichten. Das Schicksal Chinas liegt in ihren Händen, Genosse. Damit guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Command & Conquer Generals. Ja, das hört sich ziemlich finalistisch an hier in der chinesischen Kampagne, mittlerweile in der siebten Mission. Und dann hoffe ich mal, dass wir die GBA-Fuzzis so mächtig einen draufhauen können. Nuklearer Winter. Hört sich ja schon mal sehr, ja, wie soll man sagen, bedrohlich an. Unsere chinesischen Truppen laufen hier schon wieder in einen Hinterhalt, so wie ich das sehe. Das ist ja schon wieder zum Scheitern verurteilt, die ganze Aktion. Wieso plant ihr sowas nicht besser? Die ganzen Leute stehen ja schon wieder rum. Da, da schleicht sich eh schon wieder einer an. Der Niete gleicht die ganze, äh, einem Mann mindestens um, wenn nicht mehr. Darf ich raten, oder? So, die bannen sich immer noch den Weg. Und die schnellsten sind sie ja nicht. Laufen ja hier im Verband rum, also da müssen sie sich den Fußsoldaten angleichen. Oh, Skat-Raketenwerfer. Zumindest die mobile Fassung davon. So wie es aussieht. Oh, 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 oh. Da gehen einige Leute, hops. Oh, die Mix helfen auch mal wieder. Ja, damit könnte man den Hügel klein beikommen. Ja. Okay, jetzt sofort ins Getümmel geworfen. Ja, das auf jeden Fall. So. Wir wählen mal wieder aus. Wir nehmen das hier, das und... Ja. Den hier vielleicht. Ich bin mir gerade unsicher. Oder den hier, der ist fast besser. So. Kommt mal hoch hier, Leute. Wir kämpfen für die Rote Armee. So. Baufahrzeuge schnappe ich mir gleich mal. Erstmal ein Atomkraftwerk hier hin. So. Und dann gehen wir her und machen uns eine Kommandozentrale. Die natürlich hier irgendwo platziert werden muss. Äh, zum Beispiel hier. Hört sich gut an. So. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier schnell in die Puschen kommen. So. Gut, dass du groß bist. Du kriegst einen Gatland-Turm drauf. Du einen Propaganda-Turm. Sowas ist ja nicht unbedingt verkehrt. Wow. Da kommt auch schon der erste Angriff der GBA. Ja. Hallo. Geht mal vor hier. Hier wird mir alles klein gemacht, Leute. Erschießt mal ein bisschen was. Und das aus Eigeninitiative wäre geil. Für die Ehre-Schlags. So. Jetzt habe ich den Transport... Ding hier abge... Ge... 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 Geordert. Aus Versehen. Alter. Wo ist hier die Basis? Macht die Leute platt. Und vor allem diesen... Das scheiß GBA-Lock hier. Für die schnelle Verbindung von den Leuten. Ich ziehe mal lieber den Panzer nach mit dem Propaganda-Turm. Damit wir auch hier Heilung am Start haben. Alter. Was ist denn hier los? Alter. Alter, Alter, Alter. Das ist doch nicht mehr normal hier. Ich hätte wohl meine Basis dort noch nicht hinbauen dürfen. Habe ich ganz vergessen, dass ich hier die Dinge auch brauche. So. Das haue ich mal hier hin. Alter. Ich glaube, die Mission muss ich neu starten. Ich sehe da jetzt schon zum Verzweifeln aus. So. Hier drauf. Kommt hier mal bitte der Großschlag. Das wäre natürlich nett. Ah. Die mit dem Propaganda-Turm ist hin. Alter. Hört das jetzt bald mal auf hier. Der Panzer-Nachschub muss hier auch unterbrochen werden. Weil sonst drehe ich hier gleich durch. So. Das Ding ist eh so gut wie hin. Alter, Alter, Alter. Viel ist nicht mehr. Da ist noch ein Panzer von denen. So. Könnt ihr? Ne, könnt ihr nicht. Aber wir machen jetzt erstmal das hier platt. So. Ich habe mich strategisch ungünstig hier platziert. So. Du kommst mal hier hin. So. Eine Kaserne hier hin bitte. Du baust hier mal ein Gatling-Geschütz auf. Diese Schlacht haben wir gewonnen. Wir müssen eine Basis errichten, bevor die GBA erneut angreift. Ja, ich war wohl ein bisschen übereifrig mit der Basis errichten. Dadurch habe ich natürlich einiges an Ressourcen verloren. So. Habe ich noch ein Baufahrzeug vielleicht? So. Ich brauche ein Radar. Wäre natürlich cool. So. Ich baue mir erstmal solche Leute. Unsere Vorräte sind erschöpft. Es muss irgendwo in der Stadt ein Nachschublager geben. Oh ja. So eins wäre geil. So. Hier. Oh oh. Das klingt natürlich auch nicht toll. Ich habe zu wenig Knete für die... Alter. Gucke ich auch mal vorher nach, bevor ich irgendwas mache. Ich brauche noch ein Nachschublager. Und für das fehlt mir einfach die Knete. Wo ist denn das Nachschublager? Hier ist es. So. Dürfte reichen fürs Erste. Heieieiei. Die muss ich schnellstmöglich wieder erforschen, meine Hacker. Schwächen benötigt Propaganda-Zentrale. Ja. Die bekommen wir auch noch hin. Früher oder später. So. Dann haben wir das soweit mal fertig. Und dann hoffe ich mal auf gut Wetter. Weil sonst sieht es hier schlecht aus. Habe ja doch einiges an Einheiten verbraten hier. Bin ich nicht unbedingt glücklich drum. Höchstwahrscheinlich kommen sie dann von hier hoch. Ist natürlich dann auch strategisch doof. Ich stelle euch mal hier rüber. So. Produzierst du mir auch bitte Geld? Wir sind fertig, Genoss General. So. Der Bunker Nummero 1 ist fertig. Da kommen die zwei erstmal rein. Die kommen auch noch hier rein. Der zweite Bunker ist auch gleich fertig. Ja. So. Rein mit euch. Und die Baufahrzeuge ein bisschen zurückziehen. Um hier ein bisschen sicherer zu stehen. So. Hier ist was drin. Ach. Hier passt auch nur noch eine Einheit rein. Man muss es ja nicht übertreiben. So. Haben wir schon wieder genug Kugeln, damit wir irgendwas bauen können? Nö. Propagandaturm. Propaganda Zentrale kostet auch 2000. Aber ich mache jetzt erstmal die Waffenfabrik. Jaja. Bin schon dabei. Habe ich eh schon gemacht. Also nicht rummeckern hier. Viel Geld ist hier nicht unterwegs. Um ehrlich zu sein. Ich brauche dringend meine Hacker wieder. Die kann ich dann hier so schön platzieren. Beendet, Genuss General. So. Ah, fuck ey. Chronischer Geldmangel hier. Ich hätte doch lieber das Geld nehmen sollen, als ich das Money hier aus dem Nachschublager der GBA rausziehen kann. Wäre natürlich taktisch klüger gewesen. So. So was bekomme ich auch mittlerweile wieder. So. Mittlerweile kriege ich auch schon langsam das Geld zusammen. Ei, ei, ei. Viel ist nicht, ne. Viel ist hier nicht an Kohle. So, kann ich eigentlich mal wie wild hier reinsetzen. Äh, ich tippe auf hier. Komm. Ne, so geht das leider nicht. Muss ich leider erst erkunden. Das ist gerade mein Problem. Alter. Das Geld geht aber hier schnell zu Neige. Ich müsste hier was finden. So, ich geh mal ein bisschen vor. Vielleicht find ich ja ein bisschen was. Wär natürlich strategisch genial. Wirklich, äh, um ehrlich zu sein. Aber, naja, es hilft nicht. Das Gatssturm ist auch gleich voll aufgeladen. Das macht mir gerade irgendwie Sorgen. Wir besetzen lieber mal das Gebäude hier. Um hier eine kleine Vorhut einfach zu haben. Um ein bisschen was sicher zu sein. So. Jetzt mach ich mir schnell mal so ein Propagandatour, äh, Propagandazentrale. Um mir hier ein paar Hacker aufzustellen. Währenddessen kann hier der Nachschubtransporter ein paar Einheiten. Oder ein paar Dinger machen. So. Ich erkunde hier mal fürs Erste nicht weiter. Ist jetzt nicht unbedingt vom Vorteil. So. Ist das Ding bald mal fertig? Wäre nett. Oh, elf Sekunden noch. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Jetzt ist er aktiv, der Gatssturm. Das gefällt mir gar nicht. Aber absolut nicht. Da gibt's Sachen, die gefallen mir mehr und das gehört leider nicht dazu. Muss man wohl oder übel anerkennen. So. Können wir jetzt... Ja. Wir können... Was ist jetzt kaputt? Hier wird schon wieder munter geschossen. Aber wer bist du? Evakuieren, Leute. Und ran an den Feind. Ah, wir werden schon wieder niedergefahren. Was soll denn das? Gut, dass du groß bist. Das gefällt mir auch. Wir können natürlich auch gut Schaden machen. So. Kommt. Haut rein, Leute. Perfekto. So gefällt mir das. Sind ein paar Hacker schon draußen? Ja. Sind sie. Zwei Stück, um ehrlich zu sein. So. Dann saug mal, Junge. Dann saug mal. Da bin ich echt gespannt. Wie du jetzt das Internet leer saugst. So. Ich will hier eigentlich ein paar Panzer. Das wäre natürlich auch genial. So. Noch einer von der Truppe. Das ist super. Vor allem tut es mir trotzdem bis jetzt noch nicht. So. Alter. Ah, gut. Er hat zwei Sterne. Er kann sich wieder... Oder zwei Wimpel. Er kann sich selber reparieren, oder? Ja, kann er. Ist natürlich perfekt. Das bringt uns natürlich sehr viel weiter. weiter. So. Euch beiden hier. Ihr hackt mal wieder eine Runde. Oh, ich wurde befördert. Ist gut. Dann kann ich ja nochmal was nehmen. Was nehme ich denn? Den hier. So. Fertig. Habe ich noch was? Ne, habe ich nicht. Fertig. Zumachen. So. Ich hoffe, ich überlebe auch einen Skatsch-Sturm. Wäre natürlich von Vorteil. So. Noch ein Hacker hinterher. Um hier einfach das Geld zu... Ah. Zu bekommen. Was ich auch verdiene. Um ehrlich zu sein. Ich muss die auch noch besser sichern. Aber das kommt noch. So. Hier kommt auch schon der nächste raus. Aber fürs Erste muss ich dann mal warten. Was ich jetzt erstmal gucke, dass ich die Einheiten besser platziere. So. Wie zum Beispiel den hier. Den brauche ich unbedingt. Sehe ich jetzt schon kommen. So. Hier sieht es noch safe aus. Also. So. Ich muss jetzt noch. azioni